moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es ja eine runde shakes and fidget ja ich wünsche euch erstmal allen da draußen einen schönen valentinstag an die ganzen pärchen und natürlich auch an die glücklichen singles ja und zuallererst gehen wir natürlich in die wichtigste info des heutigen tages rein und zwar für die leute die das pet noch nicht haben und zwar floss nessel kann dir am valentinstag bei der insel scarpa begegnen da solltet ihr auf jeden fall heute nach ausschau halten hoffentlich habt ihr eure abenteuer lust noch nicht gemacht ansonsten wenn ihr das verpasst habt müsst ihr ganzes jahr lang warten bis wieder valentinstag ist ja ich glaube in der vergangenheit hatte ich das auch den einen oder anderen tag mal vergessen gehabt und das ist natürlich sehr sehr ärgerlich ja deswegen hier auf jeden fall darauf achten ansonsten nächste gelegenheit glaube ich nicht ein jahr sondern ich glaube beim sommersammel so wie man hat man noch mal die chance von einer wenn ein ein pad fehlt kann man da glaube ich auch ja peteier finden bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher ob das dann auch hierfür zutrifft deswegen würde ich auf jeden fall mir das schnappen ansonsten ja haben wir es ja jetzt auch valentinstag events hier beziehungsweise kommen die noch wir haben ja auch ein paar news die jetzt eben gerade frisch erschienen sind vor ein paar stunden wenn das video jetzt hier raus gekommen ist möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und ja die wöchentlichen event belohnungen hier sind diesmal auch ja ich sag mal okay kann man relativ gut erreichen und ich sag mal so jetzt gerade falls ihr noch irgendwie die letzte chest hier offen habt für das für diese woche könnt ihr ja ein extra bier trinken und das erhöht natürlich auch eure chancen so gesehen flossnessel zu bekommen falls ihr das in eurer abenteuerlust nicht bekommen solltet natürlich versuchen immer die kürzeste quest anzunehmen um die wahrscheinlichkeit zu steigern auch das pet hier zu bekommen und ja durch das extra bier habt ihr dann halt eben noch mal vielleicht ein bisschen chancen ist nur eine kleinigkeit meistens findet man eh schon alles so davor deswegen ist das wahrscheinlich eher überflüssig aber es ist auf jeden fall nice to know und eine gute sache falls man vielleicht doch ja schon seine weiß ich seine elf biere getrunken hat und man hat aber noch das letzte bier noch vergessen hier von der event fest kann man auch machen und dann kann man sich vielleicht noch auf biegen und brechen noch das feuerpads sichern ja ansonsten gibt es jetzt ein paar ankündigung die jetzt eben gerade wie gesagt raus kam und die wollte ich euch mal auch ganz gut zeigen und zwar hier dreht sich natürlich alles um valentines event und unter anderem den die hellwälder ankündigung die auch bald kommen wird also der hellwälder wird bald erscheinen so wie wir das schon vermutet haben und ja liebe liegt in der luft macht euch für die folgenden valentines events von freitag bis sonntag bereit valentines segen glanzparade des goldes hexentanz sehr nice tag der tollkühlen tiere epic kaufrausch extravaganza und tag der verlorenen seelen ganz nice auf jeden fall dann haben wir noch gleich fürs nächste wochenende xp event noch mal tiere fest der festung noch mal epic kaufrausch dann tag des heißen eisens und oraler großputz das denke ich mir auch okay und hier haben wir dann noch alle liebeswütigen unter euch die das verführerische valentines set noch nicht vervollständigen konnten haben an diesem wochenende noch einmal eine erhöhte chance teile des sets im sortiment des zauber- und waffenlandes zu finden solltet ihr euch auf jeden fall auch gönnen für euer sammelalbum denke ich mal auch ganz wichtig gerüchten zufolge rücken die beiden händler diese epics er heraus wenn ihr ihnen zwinkernd einen kuss zu werft oder ein romantisches liebesgedicht aufsagt oder ein paar pilze im webshop mit dem creator code dort aufladen außerdem könnt ihr heute das valentines pet finden flossen ist feuer 17 bei der insel scarpa also da auf jeden fall auch darauf achten und dann haben wir den elevator der hat eine ganz interessante bei information wo ich mir jetzt selbst noch nicht so sicher war ob das ganze auch noch weiterhin so fortgeführt wird oder ob das jetzt eingestammt wird und zwar war ja es 31 früher wo ich ja drauf gespielt hatte was er jetzt f9 ist immer sozusagen der in anführungszeichen beta server sozusagen beziehungsweise da wurden die ganzen updates immer einen tag vorher getestet und ich hatte immer schon die chance auf s 31 die ganzen updates einen tag vorher spielen zu dürfen euch die auch einen tag vorher zu zeigen und das ganze wird halt eben wurde halt eben auf dem server ja gepret so um halt im sicher zu stellen dass den tag danach auch alles glatt läuft dass keine bugs sind dass nur keine ahnung alles halt rund läuft so und jetzt nach der server fusion ist ja ist 31 f9 und da war ich wir waren sich halt viele nicht mehr sicher ob das ganze trotzdem noch einen ob es noch so eine art pre server gibt wo das event ein tag vorher stattfindet aber es ist tatsächlich so ja der heller weiter der heller weiter setzt sich langsam in richtung oberfläche in bewegung nächste nächste woche donnerstag den 22 2 auf welt f9 am 21 ja also es ist offiziell f9 ist jetzt sozusagen der test server ja was vorher halt s 31 gewesen ist ne gleiten die ungeölten metalltüren quietschen aufeinander und lagen euch zu einer abwärtsfahrt ins verderben ein heißt den verdammten gemeinsam mit eurer gilde gehörig ein ja also merkt euch auf jeden fall am 22 hier kommt der elevator und ja am 23 das ist ja dann schon der freitag da startet ja schon eu 10 und das wird wahrscheinlich auch ganz cool werden denke ich mal in kombination mit dem heller weiter aber auch generell der heller weiter jetzt halt sehr sehr interessant im hinblick auf die aktuellen gildenfusion die stattgefunden haben nicht nur auf unserem server hier jetzt auf f9 wo das ganze jetzt halt ein tag früher raus kommt ich denke mal ja ich weiß nicht vielleicht wird es hier einige freuen vielleicht sagen manche auch nö ist gut muss man jetzt nicht haben oder stehen da neutral zu aber was halt eben sehr interessant sein wird sind halt eben die gilden die sich jetzt hier neu fusioniert haben und ja wer da am ende die spitze die speerspitze übernehmen wird in der elevator rangliste ich denke mal da wird er da wird der tim wieder so eine schöne elevator rangliste machen mit den besten gilden der welt und dann vergleichen wer hat die meisten hüllenmarken gesammelt und je nachdem dann halt eben die platzierung zuteilen hat man ja leider nicht nur von seinem eigenen server hat man hat man halt eine helle weiter rangliste aber nicht international ja wenn die soweit sein sollte werde ich die euch natürlich auch nicht vorenthalten und da bin ich mal sehr gespannt wie das verlaufen wird wir haben ja gods of light die momentan gerade auf platz 1 sind aber auf f8 halt eben auch mit den endgegnern ja eine sehr starke konkurrenzgilde haben auf f8 na gut dann haben wir f9 wo horizon natürlich alleine da steht auf dem server aber auch natürlich overall weltweit gesehen eine sehr starke gilde ist dann haben wir hier tatsächlich noch die endgegner alpha die sich auf f11 breit gemacht haben und wir haben hier auch noch phoenix die ja jetzt hier kürzlich halt eben auch mit f17 sehr viele starkes starke spieler zusammen gemerkt haben auf dem server die gilden weitestgehend unverändert geblieben sind bis auf ein paar auswechslungen haben wohl da auch stattgefunden wir können da mal kurz reinschauen weil phoenix immer noch auf platz 4 gerade ich weiß nicht wie lange sie schon hier in der ihop sind beziehungsweise manchmal aktualisiert sich die ihop halt eben auch leider nicht so dass die zuweisung dort halt eben auch manchmal ein bisschen ja einen fehl leiten kann und deswegen ist das halt immer eine relativ schlechte aussage ja die ihop anhand der stärke zuzuteilen von den jeweiligen gilden da sind natürlich listen die da die gemacht werden von der spieler base selbst natürlich deutlich aussagekräftiger aber die hat man ja halt immer nicht zur hand beziehungsweise ja ist es leider ist leider das spiel beziehungsweise auch die statistiken auf der auf der webshop seite von shakes und fidget noch nicht so weit dass man sagen kann okay ja da kann man jetzt hier wirklich fundierte aussagen zu treffen trotzdem ist phoenix halt eine starke gilde eine sehr starke gilde und ich glaube auch dass die in zukunft trotz dessen andere mega gilden komplett neu entstanden sind aus den fusion und phoenix eigentlich so gleich geblieben ist von der gilde her glaube ich trotzdem dass die halt eben ja platz eins oder zwei vielleicht auch drei aber ich glaube er platz eins oder zwei und platz eins oder zwei kämpfen werden weil die halt trotzdem enorm stark sind so wir können da gleich noch mal ganz kurz auf die server schauen beziehungsweise in die gilden selbst rein und ja einfach einfach mal einen groben wert nehmen von von dem durchschnittslevel her man hat ja auch eben gesehen da haben paar leute mit der faust gekämpft das muss man ja das verdirbt auch so ein bisschen natürlich immer so die statistiken das ist kann man auch nicht immer so eine hundertprozentige aussage treffen das ist halt leider so ein bisschen schade muss ich sagen aber ja da so ist das halt ist halt gerade die meter so ein bisschen mit der beute gold und so ja hier hat phoenix tatsächlich gegen endgegner alpha verloren die auf 11 spielen und wir gucken mal ganz kurz wir vergleichen mal ganz kurz hier wir haben hier reisen mit einem durchschnittslevel von 647 ja wenn wir jetzt mal auf f17 gehen auf die platz eins gilde dann haben wir hier 653 so vielfalt stärker 23 und 39 ja also phoenix hier schon mit einem etwas höheren gilden durchschnittslevel abstand auf jeden fall auf platz eins würde ich schon sagen dass das hier auch die stärkste gilde ist so pvp technisch gesehen auf dem server also hier ja merken wir uns mal 653 einfach mal so einfach mal nur so zum vergleichen ob das jetzt ein aussagekräftig ist sei mal dahingestellt aber wir merken uns einfach mal die ja die power von dem durchschnittslevel so warte mal wir gehen mal hier auf f8 dann gucken wir hier mal in die ersten gillen rein da haben wir gott of light mit 652 am start und endgegner mit 658 ja aber auch hier sieht man das ganz gut hier haben wir zum beispiel halt ein höheres gildendurchschnittslevel weil hier auch wirklich starke spieler am start sind die halt aber auch eben teilweise wirklich auch gut auf xp grinden und ja hier haben wir ein paar level darunter es macht jetzt nicht den kohl fett sag ich mal das jetzt so enorm dass jetzt hier irgendwie ja eine aussage kraft hat dahinter weil da können auch sehr starke gold spieler natürlich in der gilde drin sein jeweils was natürlich dann halt deutlich höheren impact hat auf die stärke der gilde als wenn man jetzt eben auf das level achtet so ne man müsste vielleicht noch ja weiß ich nicht irgendwie so eine so eine basis punkte oder total stats statistik irgendwie noch daneben haben das wäre cool dass wir auch noch mal deutlich aussagekräftiger würde ich mal so sagen ja aber hier sehen wir halt 652 und 58 und im vergleich zu der gilde phoenix haben wir hier 653 59 also die bewegen sich alle so in demselben spektrum würde ich mal sagen da kann man jetzt halt eben von den paar level wirklich nicht davon reden welche gilde jetzt stärker ist dass das sieht man dann anhand der spielerkraft beziehungsweise halt eben ja wie was für spieler dort in den gilden drin sind sondern entgegner alpha haben wir hier auch ein f11 server am start habe ich gerade nicht parat ich dachte ich hätte mir mal irgendwann ein erstellt aber scheinbar nicht so zu sein ja muss ich mal irgendwann mal gucken weiß ich jetzt nicht was wie da so der durchschnitt ist auf jeden fall hatten die ja auch jetzt entgegner alpha phoenix besiegen können also es ist auf jeden fall ein hin und her aber es schön zu sehen dass sie alle so nah beieinander liegen und ja das macht auf jeden fall den wettkampf ziemlich spannend und deswegen umso gespannter bin ich dann halt auch auf dem nächsten elevator ja ansonsten würde ich mal sagen denke ich mal war es das soweit von der heutigen episode alle wichtigen informationen bin ich jetzt erst mal los geworden und ja wir sehen uns natürlich dann auch wieder die nächsten tage wieder und ja am 23 gibt es auf jeden fall einen schönen live stream von eu 10 server start da freue ich mich schon sehr drauf lange ist her und geht wieder los ansonsten war es das soweit von mir vielen dank fürs zuschauen haute rein und bis zum nächsten mal und und Bis zum nächsten Mal.